sagst du jetzt was ja halli hallo meine freunde willkommen zurück bei day z mit big quantum wir haben uns eine neue map rausgesucht habt ihr bestimmt einen titel schon gesehen und die map heißt takistan takistan plus um genau zu sein und ihr seht das hat nicht mehr viel mit day z zu tun das ist wüste es ist sandstrom es sind vollkommen andere häuser zum großteil zumindest aber eins ist immer noch der zweite nämlich der big grüß dich hallo da sind wir hier ein bisschen gefangen ja ich suche ich bin auf der suche nach nahrung aber nicht nur du ich das alles vernagelt die tür geht auf ja bannhof 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 ist bei der vorbei eigentlich nicht aber im moment läuft der server nicht so gut dass es lohnen würde drauf zu spielen liebe grüße an die deutschen wölfe das hier ist übrigens auch deutsche wölfe das ist auch deutsche wölfe deutsche wölfe takistan plus könnt ihr gerne mitspielen aber das habt ihr euch bestimmt schon gerooft aber alter oh gott ja der big hat ein neues wort also wenn ihr sagt das habe ich mir gedacht dann so im halb englischen big quantum englisch das habe ich mir gerooft das ist ein zombie das bist gar nicht du warum steht denn der da einfach gott und die laucha ist übrigens auch nicht mit dabei nein und diesmal fährt und diesmal fährt sie auch nicht im kreis der geht es nicht so gut wird langsam alt war war ein dosen öffner gehabt abstrich zockt war es attack by infected stand gerade oben aber ich habe keinen cut brauchst du ja seltener strümpfe steht als beschreibung regelmäßige söldnerhose okay okay wie also sand wüste damals die tag ist dann damals tag ist dann damals ist man damals winter nicht unbedingt gibt es auch nicht winter nicht winter im frühling was soll man im frühling oder im sommer oder im herbst oder service ist so eingestellt dass es auch nacht gibt oder in einem sehr milden winter hast du auch kein schnee richtig aber wir können mal uns dann wieder auf den weg machen erstmal müssen uns mieten also treffen ich habe immer noch nichts zu essen gefunden wie sieht es denn bei dir aus ich habe eine zitronen limonade gefunden ich habe gerade schon etwas gefunden aber nicht wirklich wirklich viel nützlichen klamotten und sowas findest ja aber so essen mangelwaren essen habe ich nichts weiter gefunden müssen wir mal die häuser hier also hier fred feuerstein des grüssen ist ja die 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 rassmann airbase klar da können wir direkt eingehen kommen zur airbase ist ohne essen ohne alles vielleicht finden wir dort was man weiß es nicht aus geht da hin das geht dabei ist das geht dabei ist dass sie hier gefunden aber keine waffe ich habe ein zombie gefunden ja das kann ja vorkommen auf und zu weiter eingesperrt erst mal vorerst kommt bitte to me i came to you ich muss einmal etwas trinken mein gesicht ist trocken wenn man hier die ganze zeit den sand in die fresse geklatscht kriegt ach im real life musst du was trinken was trinken ja aber wenn du hier im spiel die ganze zeit den sand in die schnauze kriegst dann trocknet dir die komplette fresse aus ich gehe einfach mal weiter ich habe ich habe nichts zu trinken ich habe nichts zu essen wir werden sterben aber hier oben ist ja schon der airbase übrigens hat der server eine dark horde mod mod also dunkle horde hätte er darauf ja sagen kann aber dann muss ja mal alles in englisch sagen black spot bei mir ja du also was hast du jetzt nie gesagt oder lext ja hier bei der karte mit airbase laden muss wasser bis halb dass sie muss die laden ja dann muss sie laden die gebäude ich glaube der zombie hatte ich gesehen das ist gut er hat mich gesehen oh gott hier sind noch viele mehr zum dies und du leckst auch ich lecke ein bisschen rum ob der lädt jetzt erstmal jeden einzelnen zum wie hier so kommen ja ach du scheiße ach komm was macht wir auf ich hab noch eine mitgehen das misst wie ach du schande alter wer kam auf die idee militärbase wir haben keine schlusswurfen und scheiß messer das ist gerade ein bisschen blöd aber du kannst doch die schläge jetzt blocken wie ging das gleich noch mal nach hinten laufen und rechte maustaste gedrückt hat so kommt zum nächsten gebäude wollen ja nicht hier im video da drinnen hocken bleiben run 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 noch mehr die sind auch auf dem dach macht das brett ja erst so was ich habe eine ak gefunden ohne mumpeln auch quatsch da hat er sich verdrückt eine ak ohne mumpeln das ist so peck das habe ich mir oben 20 schuss maxi magazin maxi oder was jetzt brett habe ich gefunden das ist nicht sehr ein brett ist ein weitergerannt ich bin hier drin direkt du bist gerade an mir vorbeigelaufen dass er das wieder leute wie der mich ignoriert und auch fassungslos ich bin weitergelaufen was und m16 und ein taktischer helm das sieht scheiße aus helm braucht man nicht hier schießt niemand auf uns ich renne weiter moin zum ersten mal dass ich eine m16 im gesicht habe gefunden habe und ich weiß nicht was sie für mumpeln nimmt ok ich habe nur mosin gefunden übrigens ok denen für die moni die ich nicht habe und nicht das hat die gehörte mosin hat einen schuss dann habe ich kann die nicht direkt nicht aus was heißen also überhaupt in deutsch dass er die also zum nachtisch gibt es ein igel oder was oder wüsten adler wüsten adler so afrikanischer weiß bauchigel oder was ok also das hat schon wieder gedauert bis die tür aufgeht das ist ein bisschen buggy hier vier schuss drin mosin ohne landmine wo wir aufpassen gott 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 das so überlegt gott gott sind das viele gott das wahrscheinlich eine horde ja oder malzeit mit wem redzen du mit den netten jungen herrschaften die da draußen rumrennen zum bies oder gasmaske gefunden radio gefunden radio radio gaga ach ne akm na jetzt aber ich du findest hier waffen aber nicht die passenden max das ist das problem was ich raus habe ich bräuchte magazin für die m16 oder man vielleicht kannst du ach die hat er eins drinnen mann bin ich ein hahn hat die ak hat keins drinnen 18 schuss habe ich habe ich hier hatte einen schuss drinnen fack ist er durchs nachladen ist also ich muss noch munition suchen nützt nix was brauchst du für muni ak also akm magazin wäre eigentlich ultra nice vor allen dingen dass es nur hier das vor camp zum airfield ich glaube das erfüllt ist auch ziemlich zugebaut vor der diesen hoffen backpacks hallo gut hat mich erwischt hier ist eine ganze barack auf alle rucksäcke alter alter blick ja ich kann ja nicht helfen ich will das auch gar nicht ich bin bewusstlos nein und jetzt zuckt es so rum die gene angeblich jetzt weg von dir wenn du bewusstlos bis ich hoffe ich hoffe ich will die halbe folge bewusstlos hilfe abschluss bewusstlos mann 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 ich werde langsam wach aber immer noch nichts zu essen gefunden sie kommen jetzt alle zu mir sehr gut also ich habe auch nichts zu messen ich bin von der presse genau finger weg ich bin hier genau ins haus reingepackt wird wieder bewusstlos nein das auge kaputt ja ja hilfe lenken so bin vollkommen also schwarz-weiß war keine kollision drei schuss reingepackt das ist gerade so leckig kann meine blutung nicht stillen jetzt voralter fack ja mir alles da wird sogar die zirn wie slecken wird ein grund gewesen sein warum ich hier nicht ins haus kommen das ist einfach weil du nicht spielen kannst sagen alles klar und betteln sogar schon die frage leute aus der umgebung muss gehen noch irgendwas womit ich mich hier verteidigte wir sind doch kaum noch zombies okay so 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 wenn du noch einmal so sagst okay vergiss das einfach was ich gesagt hab ja wo sind die ratten wenn die hier noch vor der tür ja die sind bei mir wenn hier vor der tür habe ich auch noch welche die warten direkt vor der tür das gibt es ja gar nicht nein die sind hier bei mir die schauen gar nicht auf die tür dieser alter ich stehe hier draußen du kriegst den nächsten schuss das ist shit jetzt habe ich wieder keine munnen mehr warte warte ich rette dich du brauchst mich nicht retten ich bin nicht in gefahr okay gut oh ne weiger auch noch also waffen habe ich jede menge gefunden aber hier ist sehr lecky der server also leck mich am arsch ist das lecken müssten sie eigentlich zu mir kommen so sagt der arsch zum klo ist das hier umständlich wenn du nur einen meck hast oder wenn da wieder weg dann fall um oh wie sieht es bei dir aus hast du wieder ruhe naja sind wir ein zwei ein zwei von die verrückten drei okay so oh da stehen wir mal die acker in die kann ich wegkriegen schade dass er das doch jetzt macht das sehr gut sehr gut da kommt immer noch einer boah die kommt jetzt hier vom airfield gerannt oder von irgendwo aus der wüste kommen die jetzt gerannt na geil so dann lass uns mal abhauen hier komm wo bist denn du hier auf dem turm na komm den habe ich platzschuss im rücken komm runter da komm her runter da ja ich geh jetzt hier unten auf dem aufs airfield open field wo ist da mhm da sieht man sie kommen die feinde der bewacht mich der bewacht mich grad hier unten da hinten ist glaube ich ein heli crash ich sehe eine rauchfahne da hinten kommst du ja ich muss warten bis der sich hier unten bewegt jetzt dann so nicht auf den schießen kack ich geh mal zu dem heli crash wenn es einer ist mal rennt er dir hinterher keine ahnung grob ich höre nichts ich sehe nichts bei mir ist keiner ja das wird halt nur in diesem extremen gebiet da sein beim heli crash werden wahrscheinlich auch wieder mehr zumbies sein ich bin gleich bei dir weil wie gesagt mein bluttropfen ist halt komplett rot ne also jetzt selber schuld was machst du weil er mich einmal trifft hier na komm mich mich haben die auch ein paar mal getroffen ich bräuchte was zu fressen hier ich auch gibt es hier eigentlich essen auf dem server so eine lampe essen hier vom flugfeld du kannst du mal schön in der taschenlampe beißen ich brauch noch so ein paar handclothes hier pass auf ich renne los das ist schön dass du jetzt los rennst ich bin gleich da ja ich bin auf dem weg beim heli crash aber ich glaube schießen ist hier gar keine gute idee da kommen ja immer mehr jetzt oh hier ist eine waffen am heli crash ist eine waffenstillstandszone okay teifel noch einmal bleib uns da auch keine zombies an oder ich weiß es nicht probier es aus oh alter da packt ein zombie rum wieso ist hier eine waffenstillstandszone also langsam häng ich ihn ab oh ich häng ihn ab ah da steht ja noch einer oh da stehen ja ganz viele noch auf der wiese rum kann passieren in dem zombie game hm oh alter weikermagazin k-ak-m-magazin wie hoch ist der radius vom was von den zombies wieso wird das ja als waffenstillstandszone beschrieben deine schüssel hört man schön weit ja ja so gleich da ah ich habe nichts zu essen nichts zu trinken ich auch nicht ging es durch müssten wir mal eine stadt finden ich habe vorhin eine flasche gefunden da kannst du trinken doch mal her ist da was drin ja wasser wasser hast du den gelootet hier den heli hm ja ja mehr oder weniger komm her und nimm die trinkflasche sonst zerträte ich die oh thunfisch du drecksaal dort habe ich wieder nie geguckt stup wo wo muss denn die flasche ne die kriegst du jetzt nicht du hast thunfisch danke gepanzerter anzug gepanzerter anzug ich habe auch schon einen von aus irgendeinem game ist der inhaliert äh hier ja von clear sky das ist doch wie also wie heißt das klar nochmal stalker oder so wir bräuchten mal eine city wo wir fressen finden hier haben wir eine kleine stadt maras da gehen wir mal dahin vielleicht schaffen es noch vielleicht schaffen es noch diese folge ich will die folge nicht ganz zu lang machen wie letztens ja 25 minuten sollte genügen wir brauchen auf jeden fall ein krankenhaus ja jetzt stelle ansprüche ich brauche was zu essen ja das auch ja das auch und wenn du genug isst füllt sich dein blut eh dann fühlt sich dein blut wieder wohl mein blatt also wenn die autos auch mal rein schauen manchmal ist noch was drin aber ich finde das ich finde das irgendwie sehr sehr außergewöhnlich sehr sehr schön sogar leichte wie das ist strange was das für 100 gebäude dort gibt es da was ich glaube nie kannst du hingehen ich will ja nicht verhungern bevor wir ankommen ja vielleicht gibt es ja jetzt stehen ganz viele autos davor du fragst du kannst dir mal durch wühlen vom basement bis zum ruf habe ich mir gewusst was drin doch guck mal die toiletten da müsste altes essen drin sein so angedauert verbraucht ein bisschen so die energie energie fallen die energie schon raus gesaugt energie skywalker und mit fenster kit verstärkt mit braunen fenster natürlich okay jetzt wird es okay sagen wir lieber nichts mehr dein versauten scheiß wo bist du jetzt erinnert ihr 239 meter hinter dir du lügst bei mir wird 250 angezeigt okay also ich würde sagen der planet bewegt sich oder entgegengesetzt von meiner laufrichtung ich laufe vorwärts kommen wir weiter weg von dir ja weißt du was das ist dass der lauf der dinge gibt es ja nicht autorand ja brauchst mal gar nichts drücken da gehen auch die akkus von meiner tastatoren hier mal leer also apropos autorand ich hab grad wieder so ein auto fragt geguckt nix als der server hier mit essen was muss letzte mal gesagt dann mit der mod dass die mods meistens voll sind mit mit allen möglichen essen und so ja es kommt aber ich revitiere das na die lud ist ja bei der sie eingeteilt auf zonen das habe ich dir schon mal erklärt als ich damals noch ein server hatte du kannst das zwar ändern aber mir war das zu viel arbeit das zu ändern aber so gibt es ja zonen wo bestimmter lud gespawnt wird es um also dir das jetzt zu erklären würde jahrelange harte arbeit erfordern kommt ja bin ich nicht bereit zu ich bin in einem township hier wir müssen uns ja nennt man das müssen wir uns auch anpassen von der sprache her jetzt kommen halt drauf jalla jalla komm ich komm ja schon achso jalla jalla ja weiter tag ist dann soll ja hier nahen osten irgendwie was darstellen ein land also links von uns ist auch fabrik ich glaube das immer gespawnt links von uns ich habe ein ledernay set oder das ist cool das kannst du essen ja ich hab's mir warm gemacht gut ich esse das einfach wie ein bürger leg meine hand dazwischen und dann klappe ich zu dann bei sich rein wie bei hot shots die schweinsnase so ich fange hier oben an mit luden ne oh reis was echt jetzt jetzt ziehen die rein ziehen der reis mache ich ungekocht ich brate mir den einfach an in meinem mund weil der eh so heiß ist in der wüste habe ich immer einen heißen mund und ich halte jetzt einfach mal die fresse ja ich lass dich halt reden ich finde nichts zu essen ich finde ein pu zielfernrohr aber ich würde sagen wir teilen uns den reis ich habe ein sporter magazin gefunden ich würde die folge jetzt hier auch beenden ja dass ich mir erst mal was zu essen suche dass ich wieder bunt sehe dann ja wir versuchen das ok leute vielen dank fürs zuschauen halt die halt die ohren steif bleibt gesund und bis zum nächsten mal macht es gut am nächsten mal leute dann mit und farbe ciao ciao